Das war leicht unrealistisch. Hallo. Schädig auch. Ja, meine Schuld. Alles meine Schuld. So, und da stehe ich ja schon wieder auf. Kapitel 11 allein. Wir gehen hier so rum. So schön. Und wir sehen hier... Männer. So, warte ich mal. So, verpiss dich. Nein. So. Füllen hier ihre Kanister. Daneben brennt Feuer. Ah, lecker hier. Und jetzt... Geh weiter, geh schneller. Hey. Nein, ich helfe dir nicht. Ich höre euch doch, ihr Idioten. Riggs, sind Sie's? Ach doch. Hier drüben. Oh, muss ich wohl helfen. Riggs? Ausnahme. Wo sind Sie? Ich seh nie... Oh, scheiße. Oh, ho. Moment. Ich hol Sie da raus. Oh. 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 Lassen Sie's. Hat keinen Sinn. Oh, ho, ho. Musst du für immer da unten bleiben. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Er hatte recht gebetet. Ja. Sehen Sie, wenn die Leute spitzkriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird's die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön. Aber richtig. Außerdem. Ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen. Schnapp dir die Waffe und ab. Halt. Los, Walker. Tun Sie's. Bitt. Bitt. Okay, Bitt. Es ist bei Bitt geblieben. Bitt. Ich hätte ihn aber auch verbrennen lassen können. Wäre auch schön gewesen. Habt ihr keine Muni dabei? Oh. Hört sich so leer an. Warum schon? Gehen wir ein bisschen schneller. Walker. Walker, kommen. Ja, ich bin hier. Gott sei Dank. Die 33 ist gekommen, bevor wir euch gefunden haben. Wir mussten weg. Ich dachte schon, ihr seid tot. Ich hatte Glück. Fricks? Tot. Nein, nicht gut. Er hat uns angeschissen. Alle zusammen. Seinetwegen stirbt bald ganz Dubai. Nein, die Stadt muss evakuiert werden, schnell. Ja, bin gespannt, wie du das anstellen willst. Lugo? Oh, sorry. Störe? Ich etwa? Verdammt. Warte, Lugo, ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass wir es erfährt. Fick dich ins Knie. Ja, fick dich ins Knie. So können wir jetzt rennen? Nein. Ja, Waffe. So, jetzt fangen wir wieder ganz von Neuen an wieder. Wie immer. Ja, da müssen wir jetzt rein. Mit den feindlichen Soldaten. Und wir gehen jetzt da mal rein. Finde dein Team. Ja. So, Kontrollpunkt. Kontrollpunkt ist immer gut. Ja, da ist Lugo. Was? Lugo ist tot? So. Soll er doch sterben. Wenn eine Granate im Sand explodiert, es wirbelt eine Stauphalke auf, die Gegner in der Nähe die Sicht nehmen kann. Oh, das braucht man nicht unnötig. Rette Lugo. Hör dich auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst. Sie haben Lugo. Die 33. nagelt mich fest. Ich komm nicht durch zu ihm. Ich brauch dich hier. Hören Sie mich, Lieutenant. Wie mach ich das jetzt? Ergeben Sie sich, oder Sergeant Lugo stirbt! Komm schon, Walker. Wo steckst du, verdammt? Hm. So, ach so, so mussten wir das machen. Gut, ich war grad sprachlos. So, Headshots kann man hier mit der am besten verteilen, hier. Das ist eine Headshot ohne Waffe, sei gefahren. So, jetzt hab ich, glaube ich, keine Muni mehr. Aber der hat sich hier Muni hinterlassen. Achso, ich muss hier so rüber. So. Scout Tactical. Äh. So, da. Oh, komm schon. Komm schon, mach dir platt. So, 24 mal so. Schuss. Hier nachladen, erst mal. Aber jetzt schon Fleisch wunden und die wir rein. Und Schädel. So, 18 Magnum. Achso, das ist einer von uns. Dann ist er gut. Ja, der nagelt dich hart. Ja, das will ich ja hoffen. So. Ja, Sandsturm. Ich mag Sandstürme. So. Go, go, go. Dass immer nur die anderen begraben werden, unterm Sandsturm. Tja. Wir sind eben cool. Was sind die acht, furchterregendsten Wörter in der arabischen Welt? Wir sind der Toffos. Wir werden euch retten. Los, los, los. So, jetzt können wir da runter. Ja. Scheiße. Leck, du arbeitest schließlich für den Scheiß. Ohoho. Fuck, fuck, fuck. Nein, leck du mich, Mann. Hilf mir doch. Ihr habt doch keine Ahnung, was der Mann tun musste. Und ich meine, was er tun muss. Hab ihn! Er hat eine Wahl, wie in der anderen. Wir brauchen gar nicht. Komm. Wissen Sie, warum geht's? Na, da! Go, go, go. Ich glaube, da ist was für Brand, Schatz. Wenn ich dich erwische, bist du ein toter Mann, verdammt! Versuch so, ich meinen Sonnenschein. So. Jetzt. Drüber. Moment, ich komme von hinten. Ich bin hier nicht drin. Okay. Moment, ich komme von hinten. Okay, der war geil. Ich hab verstanden, wir sind Facebooker. Naja. Ja, ich bin... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich seh nichts. Was ist denn das? Ist das ein Bug oder? Gott, ist das... Hört das so? Äh, lol. Weil das ist, äh, relativ schwer. Ach, wir haben ja hier noch die Sniper. Da weg können wir. Ah, was ist das für... Ist das ein Bug? Was ist das? Ah, jetzt halt. Das bringt's mal nicht mehr so. So. So, nachladen. Ganz viel in Schuss. So, jetzt haben wir die auch. Jetzt haben wir hier einen Huni. Granaten. Haftgranaten. Okay, jetzt haben wir die Beine kommt. Auch wenn es euch alle das Leben kostet. Schaut mal über ihnen vorbei. Das wird dankt euch. Äh, weiter. Was meinst du, von wo sendet ihr? Ich weiß nicht. Wir führen ihn, seit wir nicht die Sturmbann kamen. Den noch. Dann können wir den noch killen. Dann müssen wir dahinter. Kommen wir da rüber. Wie kommen... Ah, da ist jetzt so ein Teil. Warte, war auch schon. Keine Ahnung. Und wir rutschen immer auf unseren Fingern. Müssten jetzt eigentlich schon ganz durchgewetzt sein. So. Lenkt die Soldaten ab. So, 44. Und einmal Vollhörer. Was? Ich will... Das ist so kacke, die Steuerung. So. 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 Ah. Winden. Eigentlich nix nachladen. Aber ich hab nachgeladen. Eigentlich sollten wir das bei der Sorge dringlich unterlassen, weil sonst... Ich kann dich nicht retten, oder? Ja, du blutest. Rette ihn halt. Rette ihn. Was hat der jetzt gemacht? Okay, Luge verreckt. Ja, gut. Gut, gut, gut. Kontrollpunkt erreicht. So. Noch mehr. Mann, oh Mann. Ja, jetzt körperlich ein Geschicht. So, einfach mal hier so. Du kommst nicht. So, schnell. Komm drüber. Hm, wo seid ihr denn? So. Da müssen sie los, oder was? So, weg, 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 weg. Da wirst du noch. Die Musik, wo kommt die Musik? Weil, ja. So. Wo ist jetzt der Rest? Da oben ist noch einer. Dann das. Da ist noch ein RPG. Hier. Und, äh. Da sind noch ein paar. Dann da oben. Da ist noch ein Teil. Finde ich ganz gut. So. Adams ist hier. Der ist nicht meiner. Der ist auch nicht meiner. Ach, den Weg frei. Okay, er ist frei. So. Komm, komm rüber. Komm rüber, ihr Rektor. Go, 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 go. So. Macht schon. Jetzt kommen die alle da hoch, Mann. Na, latsch doch noch länger. Hallo. So, hier noch den, ah, den fetten. Den fetten Brocken haben wir auch gleich. Ist der noch so ein fetter? Ja. Einfach 10.000 mal auf den Kopf schießen. Jeder auch kaputt. So, wo die alle herkommen, so. Lauf einfach weiter. Ja, der auf so eine Entfernung mit einer RPG möchte ich mal in echt sehen. So. So, der muss sterben.